Einer weniger. Drei weniger. Ihr wisst wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um den Kommandanten Loa. Zunächst einmal, woher bekommt man Loa? Loa erhält man durch diesen Junior Loa, den man spawnen kann. Wir sehen hier einmal die Skulptur von ihm. Die ihr bekommen könnt. Es gibt aber nicht nur diesen Junior Loa, sondern auch den hier, Furchtloser Loa. Auch hier bekommen wir einen Kopf von Loa. Also können wir bekommen. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist natürlich hier sehr schnell erkennbar. Man bekommt teilweise mehr Beschleuniger, mehr Gems. Und die Belohnungen sind einfach grundsätzlich besser, wenn man einen Furchtlosen Loa anstatt eines Junior Loas macht. Im Inventar seht ihr diese so. So sind die da gekennzeichnet. Ihr bekommt diese in sogenannten Loa-Halsketten. Und die bekommt man nur bei einem bestimmten Event. Meister Loa oder irgendwie sowas heißt das. Ähm, jedenfalls ist dort dann auch gekennzeichnet, dass man halt dort dann Loa bekommt. Ähm, dort kriegt man dann Halsketten, äh, Loa-Halsketten. Wenn man diese öffnet, kann man dann solche da drin haben. Und wenn man diese da drin hat und die spawnt, kann man darauf dann Sammelangriffe machen, ne, zusammenstellen. Und dann kann man hier einen Sammelangriff darauf starten. Auf einen anderen Weg, wie zum Beispiel epische Skulpturen, äh, in den Rhein stecken, das funktioniert nicht. Man kann tatsächlich Loa nur durch dieses Event, ähm, leveln. Um so einen Vorstoßen Loa, ähm, zu töten, braucht man mindestens, ähm, 70.000, äh, Klasse 2 Kommandanten, äh, bzw. Truppen. Ähm, geht auch mit, äh, weniger. Dann sollten die Kommandanten aber dementsprechend besser sein. Dieses Event erscheint, soweit ich weiß, ein Tag, am, oder am zweiten Tag, nachdem das Königreich eröffnet ist. Also schon relativ zu Anfang, damit man die Möglichkeit hat, Loa freizuschalten. Sobald man dann, äh, Loa besiegt hat, bekommt man dann hier diese Belohnung. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass, ähm, ich und derjenige, der noch mal nicht ready gejoint ist, ebenfalls einen Loa Kauf bekommen haben. Das ist aber nicht nur der einzige Weg, sondern, wenn wir ins Bündnis gehen, sehen wir hier auch einmal bei Geschenke, dass wir hier ein Geschenk bekommen haben für den, äh, Vorstoßen Loa. Und hier kann man in der Regel auch Skulpturen bekommen von Loa. Bei mir war es jetzt nicht der Fall, ähm, ne, es ist aber auch immer eine Sache des Glücks. Schauen wir uns Loa einmal ein bisschen besser, genauer an. Wir haben hier drei, ähm, Talentbäume. Einmal Eingliederung, Friedensverhalt und Unterstützung. Und dann kann ich euch auch einmal direkt zeigen, welchen Skrillbum ich euch hier empfehle von Loa. Das ist einmal dieser hier. Wir haben hier ein paar Punkte, die relativ wichtig sind, ähm, ähm, da Loa ein Kommandant ist, der für Barbaren gut ist. Ihr solltet Loa niemals auf dem Feld gegen Feinde verwenden. Gegen reale Feinde. Nur maximal gegen Barbaren. Und zwar der allererste Punkt, den ihr auswählen solltet, das ist dieser hier. Denn hier verbraucht ihr weniger Aktionspunkte, um den Barbaren zu töten. Der nächste Punkt ist an dieser hier, weil hier kriegen wir halt auch nochmal 15% mehr Erfahrung. Und dann würde ich auch hier bis, äh, hier hochgehen, weil da bekommt ihr zusätzliche Ressourcen für das Töten von Barbaren. So, danach gehe ich dann eher auf die andere Seite erst einmal. Denn wir haben hier einmal, ne, das war es nicht, hier, dass man mehr Fähigkeitsschaden gegenüber Barbaren macht. Und zwar bis zu 15%. Genau. Und danach gehe ich dann hier hin und gehe bis hier hoch. Denn hier macht man ebenfalls nochmal, ähm, eine Hütte, weil das einen Schaden um 5%. Also hier macht man nochmal mehr Schaden, verbessert die Heilungswirkung auf Truppen um 5%. Also das ist definitiv ein, äh, ein weiterer guter Punkt, den man halt nutzen kann. Ähm, so. Und jetzt würde ich erst einmal gucken, dass ich hier auch dann bei Blau weitergehe. Den Eingliederungsbaum oben würde ich komplett außen vor lassen. Man kann natürlich auch gucken, dass man den Baum hier von Loa fertig macht. Ich bin aber, ähm, Fan von der Wuterzeugung. Ähm, die haben wir hier einmal und hier. Von daher würde ich den nächsten Weg dann gehen hier lang. Und diese dann auf 3 bringen. Und dann würde ich den Baum in Gelb soweit fertig machen. Aber halt nur bis hier hin. Und diesen würde ich zum Beispiel auslassen. Der ist nämlich nur für Gemeinschaftsangriffe auf Barbarenfestungen. Und mit Loa sollte man das nicht machen. Da eignet sich eher eine Boudicca oder ähnliches. Hier haben wir, ähm, Angriff von 0,5%. Und hier eine Verteidigung von 0,5%. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wir sehen jetzt hier oben, dass wir noch ein paar, ähm, Punkte übrig haben. Und die investieren wir in Blau. Und zwar gehen wir hier hin. Dann nehmen wir noch das mit, was die Heilung verbessert. Denn Loa heilt auch. Wir können uns das gleich in den Fähigkeiten nochmal angucken. Und dann nehmen wir die letzten 3. Dass er verringerten Fähigkeitsschaden bekommt. Und das ist dann letzten Endes der perfekte Baum für Loa. Schauen wir uns die Fähigkeiten des Kommandanten Loa an. Fügt einem Ziel Direktschaden zu Schadensfaktor 450. Und heilt einige der von diesem Kommandanten angeführten Truppen leicht verwundete Einheiten auf 450. Das heißt, jedes Mal, wenn er seine aktive Fähigkeit einsetzt, heilt er Truppen und haut 450 Schaden raus. Und das ist egal gegen was. Ob jetzt gegen neutrale Einheiten, ähm, also Barbaren oder gegen reale Gegner. Das ist aber vom Fähigkeitsschaden her ist das ziemlich, ziemlich wenig. Schauen wir uns die zweite Fähigkeit an. Und hier haben wir dann schon die erste Fähigkeit halt für Barbaren, äh, um Barbaren zu töten. Und zwar ein Schadensbonus von 35%. Die dritte Fähigkeit gibt euch 70% mehr XP. Na, also Loa ist ein sehr, sehr guter Kommandant, um andere Kommandanten zu leveln. Wenn ihr hier diese Fähigkeit zum Beispiel auf 5 habt, dann könnt ihr gut Loa nutzen, um Barbaren zu töten. Und ihr packt dann einfach als zweiten Kommandanten einen anderen Kommandanten hin, den ihr leveln wollt. Und der bekommt dann einfach 70% mehr XP. Bei der vierten Fähigkeit, Loa heilt ein Teil der leicht verletzten Einheiten, nachdem er den Kampf verlässt. Heilungsfaktor 2000. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr ein Barbaren besiegt habt, bekommt ihr 2000 Einheiten der leicht verletzten wieder. 1000 ist es ohne Expertise, 2000 ist es dann mit Expertise. Na, also Expertise solltet ihr freischalten, dann halte einfach mal doppelt so viel. So, ich sehe aktuell immer noch Leute, die Loa auf dem Feld nutzen, um gegen andere Leute zu kämpfen. So, wir haben hier einen Schadensfaktor von 450. Ich kenne, glaube ich, aktuell keinen so wirklichen Kommandanten, der am episch ist oder ähnliches, der weniger Schaden macht auf dem Feld als Loa. Selbst ein blauer Lanzelot macht mehr Schaden als ein Loa. Er heilt zwar Truppen, das ist natürlich wieder positiv, allerdings wiegt das Ganze das nicht aus. Die zweite, die dritte Fähigkeit sind nur für Barbaren und für nichts anderes. Und die dritte Fähigkeit, da heilt er halt nun mal Truppen. So, das heißt, gegen reale Gegner auf dem Feld habt ihr nichts, was euch irgendwie einen Vorteil schafft, um jetzt den Gegner besiegen zu können oder gegen den Gegner kämpfen zu können oder ähnliches. Also lasst Loa niemals auf dem Feld gegen reale Gegner kämpfen, sondern nur gegen Barbaren. Maximal gegen Barbaren. Selbst wenn wir den Skillbaum anpassen würden und würden hier oben zum Beispiel auf Eingliederung gehen, dann haben wir hier immer wieder ein paar Punkte, wo man halt was erhöht von der... Hier haben wir zum Beispiel, wenn ihr die Armee weniger als 50% der Einheiten habt, da habt ihr bei Infanterie eine Verteidigung in Höhe von 3%, mal 3, also 9% mehr. Oder ihr halt hier, dass ihr Marschtempo mehr habt oder ähnliches. Selbst wenn ihr diesen kompletten Skillbaum hier machen würdet, werdet ihr bei weitem nicht stark genug auf dem Feld. Also macht es auf gar keinen Fall, also nehmt Loa niemals mit aufs Feld. Was die Ausrüstung angeht, könnt ihr Loa zum Beispiel solche Taille anziehen. Macht nochmal Bonus-Schaden gegen Barbaren, 10%, mit Talent sogar nochmal 3%, also insgesamt 13%. Dann haben wir hier nochmal die Halskette von Loa, die euch nochmal 10% mit Talent, 13% mehr Erfahrung gibt. Nochmal obendrauf, ne, das ist natürlich sehr gut. Und wenn es um Rüstung generell geht, gibt es hier auch immer mal wieder Teile, die Schaden gegen Barbaren machen. Oder wodurch ihr nochmal Kommandanten-Erfahrungs-Zuwachs bekommt, also nochmal XP zusätzlich. Ich bin kein Fan davon, ihm irgendwelche Rüstung zu geben oder zu nutzen mit ihm, da ich die Materialien für andere Kommandanten benutze. Beziehungsweise brauche. Was Loa natürlich auszeichnet, das ist seine Heilungsfähigkeit, die 35% Schaden gegen Barbaren. Es gibt da nicht so viele Kommandanten, die so viel Schaden gegen Barbaren machen. Mir fällt jetzt zum Beispiel noch ein, dass ein Chaochao zum Beispiel 50% Schaden macht. Minamoto meines Wissens ebenfalls. Dann gibt es noch eine Mulan, die einen Erfahrungs-Zuwachs von 95% macht. Also nochmal mehr wie Loa selber, aber das sind halt goldene Kommandanten. Wir haben hier Boudicca, die zum Beispiel einen Bonusschaden von 25% macht gegen Barbaren. Zudem hat sie einen Heilungsfaktor von 400, der allerdings nicht immer dann kommt, und wenn die Experte die aktive Fähigkeit rauskommt, sondern die kann ungekürlich jede Sekunde quasi kommen. Von daher ist das schon mal ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Also wenn man jetzt viel Schaden gegen Barbaren machen möchte, gerade in der Anfangszeit, dann ist zum Beispiel Loa mit Boudicca eine gute Kombination. Ein Belisarius zum Beispiel macht ebenfalls 35% Schaden gegen Barbaren. Aber wie gesagt, Loa wird zum Großteil dazu verwendet, halt andere Kommandanten aufzuleveln, indem man einen zweiten Kommandanten dahinter packt und von diesen 70% Erfahrungsbonus profitiert. Ich hoffe, euch hat das Video zu Loa gefallen. Falls ihr Fragen haben solltet, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.